da ist eine blume da haben wir ginseng die ginseng wurzel hart klar so was kann man denn sonst noch machen denn es ist ein monster das greife ich mal an sie haben waschbär oder was hinterlassen das ist viel zu stark lass mich in ruhe ab verfolgt ihr mich noch ab 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 scheiße da hinten ist das nächste Viech da haben wir noch mal Viecher glaube ich habe ihn abgehängt ein Huhn Hühner sind einfach stirb ich hoffe das zweite greift nicht gleich ab 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 ja so trinken wir gleich noch mal einen Haltrand da hinten ist ein Pilz den hole ich mir ein Lager hier können wir schlafen und uns regenerieren dann habe ich den Haltrand gerade umsonst getrunken trinken so nächste mein ähm ginseng suppen können wir machen mach ich auch gleich mal so das war's mehr kann man hier leider nicht machen boah was denn da das ist doch ginseng oder ja können wir gleich noch mehr machen so zweimal gleich bekommen ist auch so blöd man sieht hier gar nichts mehr wegen dem Chat aber ich habe da ein äh naja wie gefunden wie man es trotzdem sieht einfach alles mit Leerzeichen wegspawn spammen dann sieht man wieder alles so ich würde gerne so zeige ich den Ginseng da drauf auf der Kuhtaste ähm der Haltrand ist mir doch ein bisschen äh wichtiger den möchte ich mir aufheben ähm so wir schauen jetzt mal uh ne 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 der ist das blöde Fisch wieder wir hauen ab wir gehen einen anderen Weg kann man da drunter durch ne was ist das was ist das? Au! was soll der scheiß? da und wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir zu viel werden wir zwar wieder keine ahnung ich weiß gar nicht wie das wiederbelebungssystem funktioniert ich bin schon öfters gestorben bei dem spiel das ich gemacht habe da ich eine halbe stunden gespielt bin ungefähr fünf sechs mal gestorben diesmal wird man an einer anderen startte wiederbelebt ich habe keine ahnung wie das ausgelöst wird an welcher die menschen habe ich keine ahnung wo wir jetzt gerade sind keine ahnung wie was das dafür punkte teile dann sind die goblins gleich wieder ich gehe also mal lieber in diese richtung wirken ist ein busch den attackieren wir der gibt uns was ist es die roten teile hatte ich hatte noch nie also ich habe eine halbe stunden gespielt beim anderen und kirschblütenbäume sind es so gut das ist trotzdem ein bisschen irritierend wir kämpfen sieh aber nicht wo petford was geht schau mal schnell auf 14 leider und pet food entfurcht die kopp wo ist der andere hin mit gewissen wo ist er hat sich das werde noch was runter fallen als er hätte noch was gedroppt da ist zumindest mein busch oder diese blüten was es sein sollen hätte ich auch gern dass sie nicht runterfallen das ist garantiert besser fürs spiel also für mein pc aber kann man ja nicht einstellen ich hoffe das kommt noch bald so bin ich jetzt da oben ist eine hartflache unten ist irgendein vieh keine ahnung was das ist wir gehen einfach mal hier lang das ist ein berg voll cool und hoch auf den berg ist bestimmt tödlich ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist und wie komme ich jetzt wieder runter vor allem in welche richtung ich glaube ich mach doch mal die karte auf curly valley ist da hinten was die zeichen hier sind weiß ich nicht aber ich glaube das sollen dungeons sein da hinten ist ein dorf und hier beim namen steht aber gar nichts bei curly valley die hellengebiete haben hier also ich hier die hellengebiete haben wir bereits erkundet die dunklen da waren wir noch nicht und ich sehe gerade das ist ein mini bärkämpfer gleich zu dem der hier liegt ich würde da gerne mal hingehen also in diese richtung nur langsam 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 ich will nicht sterben heißen frage ich es nur ob das gegner sind oder nicht ach das sind die ficher Kill ich. Der ist gleich hin. Ich kann mal wieder runter. Zack. Jetzt das Viech da oben. Zack. Aber noch nicht niedergeschlagen. Aber jetzt niedergeschlagen. Und tot. So, was ist das da oben für ein Viech? Aber wir können jetzt besiegen. Aber es können wir uns auch besiegen. Nein, wir haben es besiegt. Wir haben einen Stab für den Magier bekommen. Ich würde gerne mal eine Ginzingsuppe erst trinken. Dauert länger. Aber doch. Ist das eine Fliege? Das ist eine Fliege. Ich stirb gleich, die Fliege. Das hat leider nichts getroppt. Wir haben 15 Erfahrungen bekommen. So, mal schauen. Kommen wir da irgendwie hoch. Ja, gleich zum oben. Wow. Garantiert, wenn ich das jetzt angreife, bin ich tot. Au. Alter. Hau ab. Scheiße, ich darf nicht runterfallen. Dann bin ich auch tot. Scheiße. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber wir sind auf irgendeinem Baum. Hm. So, natürlich weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo wir sind. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir waren ungefähr hier und sind jetzt wieder dort hinten. Wir könnten den Berg auch ein bisschen umgehen. Dann müssten wir nach Osten. Osten, da lang. Da ist Ginseng, ist es, glaube ich. Ja, Ginseng. Da oben sind wieder ein paar von den Viechern. Ich hoffe, ich erwische die einzelnen. Zusammen sind die, glaube ich, doch ein bisschen gefährlich. Viel sogar. Zusammen könnten die ein bisschen gefährlich sein. Ich habe leider nur einen Erfahrungspunkt. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja. Ich finde es schade, dass sie nur einen Punkt geben. Tüten wir den da. Ja, niedergeschlagen. Stirb, 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 du gröses Raditien. Irgendwas aufgenommen. Irgendwas aufgenommen. Der war jetzt einfach. Da ist es. Okay, also auf jeden Fall. Deine Ginseng-Suppe ist. Trinken. So, das reicht erst mal. Gehen wir weiter. Da oben ist ein Pilz. Das war gerade noch. Oder wurde da gerade eine Blume angezeigt, oder? Hm. Komisch. Egal, gehen wir weiter. Wir haben hier eigentlich Montan gar nichts. Da sind. Scheiße. Spike Wagers. Der ist doch gleich wieder. Scheiße. Und gestorben. Jetzt bin ich plötzlich mitten auf dem Berg. Schauen wir mal, in welche Richtung wir müssen. Hallo? Karte? Vielleicht muss ich hier weg von dem... Funktioniert nicht. Ich kann die Karte nicht aufrufen. Wieso nicht? Oh. Okay. Jetzt. Jetzt klappt es wieder. Nach Osten müssen wir. Immer noch. Also, in die richtige Richtung haben wir schon geschaut. So, schauen, dass auch wirklich kein... Hinten wirklich irgendwo... Da hinten sind die Spike-Fiecher. Wir gehen also ein bisschen hier links lang. Ginseng. Äh, nee. Koffenplant. So, weiter, weiter, weiter. So, weiter, weiter. Mach mir hier irgendwas. Nee. Einfach weiter. Cooler Valley. Irgendwo höre ich's hier schon kämpfen. Hm. Komm, den, den töten wir. Der ist keine große Herausforderung. Der ist sogar noch schwächer. Hat Siegelscheiben. Für uns. Was ist das da oben? Oh, ein Comedy. Wir müssen machen auch. Könnte ein bisschen... Dauern. Ich hab nur noch drei Leben. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh Mann, habt ihr das gesehen? Das war ja so knapp. Der ist Gris-Stick-Shoulder-Amor. Für Magier. Ah, und, äh, Zwiebelringe. Oder Scheiben. So, wir sind jetzt in Curler Valley. Und was können wir hier machen? Für uns sind irgendwelche Viecher. Und hier. Ein Pelz. Das sind auch noch mal solche Viecher. Komm schon, komm schon. Oh, oh, alle drei, alle drei ist nicht gut. Ah! Sind es immer noch alle drei? Oh, verdammt, da sind immer noch alle drei. Da hinten rechts ist sogar ein vierter gewesen. Nein! Scheiße! Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Da ist es immer wieder. Oh, dann verdammt, die anderen kommen. Ah, verdammt, verdammt. Abhauen, abhauen, abhauen. Laufen wir noch nach...ja Oh nein da unten sind die Spike Typen Laufen wir jetzt leider keine Items mehr Laufen wir jetzt wieder Laufen wir jetzt wieder